Grantiert, das ist dieser Trevor. Was hat der Typ gemacht? Gucken wir nochmal den Ringwinder hier. Achso. Ah, jetzt bin ich hier durch. Ah, da. Den haben wir noch nicht angeguckt. Okay, Phone. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen so in dem Raum hier finden oder ob wir da tatsächlich vorher in ihr Tagebuch reinschauen müssen, um das herauszufinden. Pizza. Oh, Pizza wäre jetzt gut. Pizza wäre jetzt gut. She was going to make a new world with them. Whatever that was supposed to be. I've never actually seen her build anything. Phone? That's Trevor's phone number. He called her. I knew he blamed her for everything. But she should have blamed him for what he did to her and Mr. Torres. Alter, was ist denn passiert? Ich will es wissen. Hm. Ich weiß auch nichts weiter. Eine Ripped Shirt. Da können wir... Ah. Ah, so, das war das. Das ist von Torres, Anne-Marie. Hm? Hm? Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles angeschaut, ne? Bumblebee. Ah, da ist ja was drunter. Ah. Sehr gut. Shadow Person. Das ist klar. I'm not. Hey. Shadow Person. Oh. Errungenschaft regeschaltet. Words of Secrecy. Okay. GIF. Mail und Browser. Cuteness Overload. Errungenschaft. Hahaha. Cool. Sehr cool. Ah. Ah. Cute. Cute. 33 Prozent aufgeladen. Torres. Wifi. Internet connect. Okay. Oh. Oh. Ich mag ihre Stimme. Ist das Firefox? Das sieht echt aus wie Firefox. Oh no. Oh. Bumblebee. Was? Usually wears a red collar. His name. Was? Okay. Also. Hä? Was? Warum? Waffen? Was? Gucken wir mal eher. In ihre Mails. Someone need to get hurt before we step up and act for Christ's sake. If they had none of this shit would have happened and no one would have died. Okay. Wer ist gestorben? Okay. Warte. Harassment by fellow student. Hi Marie. It grieves me to hear that this is how you feel, but I'm afraid there's not much I can do at this stage. I understand you are alarmed and feel unsafe, but Trevor has not broken any school laws, nor has he hurt anyone. I would like to invite you and Trevor into my office to see if we can start up a conversation between the two of you. Let me know when you are ready to talk. You know where to find me. Kind regards, Principal Phillips J. Marie Torres G. Okay. Also scheinbar muss ja echt irgendwas vorgefallen sein zwischen denen. Das ist jetzt in einem E-Mail von dem Principal. Oh Gott. Alter, was für ein Creep ist das denn? Eww. Eww. Scheiße. Und wer ist gestorben? Scheiße. Ich bin verwirrt. Oh. Oh je. Kann ich hier noch was machen? Nee, kann ich nicht. Okay. Was? Oh man. Oh shit. Boah. Äh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist immer noch 7.13 Uhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben. Nee, da will ich nicht reingucken. Ich habe Angst, wenn ich da reingucke, dass das Spiel ist. Ich habe Angst, wenn ich da reingucke, dass das Spiel dann zu Ende ist. Äh. I need to find the key. A five figure number. Das ist hier bestimmt auch irgendwo. Wenn wir hier schon, äh, diesen kleinen Zettel gefunden haben, dann gibt es hier bestimmt auch noch irgendwo die Nummer. Ne, das sind nur vier Buchstaben. Time travel. Wenn das mal nicht hier irgendwo an den, äh, Postern zu sehen ist. Oder Bildern, oder. Was ist das? True sign of intelligence, not knowledge, but imagination. Stay positive. Time travel. Multiverse. Mond. If you have a wormhole, then you can turn them into time machines for going backwards in time. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Hm. Ich will hier die, die Schränke aufmachen, aber das geht leider nicht. Shit. Hm. Oh man. Hier steht auch nix. Take out menu. Yay. Tolle Wurst. Die hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, stimmt. Die hatten wir auch schon. Shopping bags. Hm. Oh. Oh. Apropos hungrig. Irgendwie habe ich Hunger. Von dem ganzen Essen hier, worüber sie spricht, habe ich echt Hunger. Ah. Hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Open Notebook. Haben wir noch irgendwas übersehen oder so? Der Laptop. Das können wir auch nicht aufmachen. Und überall die Platten. Wir haben doch, wo haben wir denn hier Zahlen? Hm. Hier. Dann ihr Geburtstag. Aber das sind immer nur, wenn überhaupt, vier. Und wir brauchen fünf. Was war hier drin? Ach ja, genau. Disgusting. Äh. Unterm Teppich hier irgendwas. Das ist seine Telefonnummer. Was ist das eigentlich für ein Telefon? Ist das ein Burger? Ich glaube, das soll ein Burger darstellen. Ja, geil. Warte, ich will mich hinhocken. Äh, nice. Ist das denn nur über Lautsprecher? Das sieht echt da noch aus. Geil. Voll gut. Aber sonst? Machen wir mal wieder Musik an. Hier ist auch nix, ne? Hier ist ja auch nix. Das gibt's doch nicht. Hm. Ich glaube, ich habe schon echt alles. Ah! Oh nein, wie süß. Fuck, wie schief. Ihr Geburtstag ist der vierte, dritte. Shit. Vielleicht findet man ja was hier im äh, Laptop. I'm not a shadow person. Gucken wir doch mal in die E-Mails rein. Hier sieht man auch nichts. Das ist ja doof. Doof, du. Oh. 06. Hm. Vielleicht das Datum hier vom Missing Sins. Äh. Shit. what were you thinking? You know, there's illegal. Nee, ausmachen will ich's auch nicht. Ha. Obwohl, vielleicht 05622. Wir können's ja mal versuchen. What is the code, Marie? Fünf. Wait. The journal. It must be in the journal. Ah, also können wir da vielleicht doch noch reingucken. 5622. Okay. Okay, dann schauen wir ins Journal rein. So. Highschool kid saves classmates from hunger. Food rescue. Okay, das war wohl sie selber. Last hope. Ah, okay. Oh Gott, wo sollen wir denn anfangen? 17. November 2017. We had a party today. Celebrating three years of food rescue. Okay, everyone was there. All those happy family faces. Loved it. Okay, so you came in. I never took her for one of the hungry. I don't think she knows my name. But everyone knows her. She's gorgeous. It surprised me. Oh. I could see the shame in her eyes. When she had to accept the bag of groceries from me. Still, I couldn't take my eyes off her. If this would allow someone like Kelsey Jackson to be hungry, it must be everywhere. So I'm going to fight it with everything I've got. She had such a little crush on Kelsey. At the party, Kelsey got up there and she had, I think, the heart in her eyes. November 21st. Oh my god, they put me on Kelsey's team. Oh. My heart races whenever I stop to think about it. Don't think she's all that pleased, though. I wonder whether she remembers me from food rescue. God, I hope not. I feel so connected to her. Isn't that weird? I love, I'd love for us to be friends. She's just amazing. Can't wait to start working on our science project. Did you get that? Our project. Project. I feel like I'm going to explode. From excitement. Yes. She had a real crush on her. Ha 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 ha. The bad. Yeah. What's that? Oh, yeah. I'd have to start here. Mm, good Eli. After that school article, people kept asking me why I did it. As if I were some kind of hero. So stupid. And I keep telling them the same story. Aren't they sick of it yet? Maybe I should publish a book. My life story. So they all stop bugging me crazy people. Here for the last time. Last fall, I caught a kid stealing someone's lunch from a backpack. As he stuffed the sandwich in his mouth. Our eyes locked. He panicked. Dropped the food and ran. I never realized some of my classmates were actually hungry. So I joined food rescue to help. There. The end. Everyone is satisfied. Okay. Also im Endeffekt, ähm, ging's den Kiddies an der Schule wohl echt nicht so, so geil. Ich meine, wenn die sich gegenseitig das Essen geklaut haben und sie jetzt diesem Team da beigetreten ist. Okay. Ja, und das Ding hier, ähm, sieht man überhaupt meinen, man sieht gar nicht meine Maus in der Aufnahme, sehe ich gerade. Ist nicht so schlimm. Ähm, das vom 21. Da schreibt sie jetzt nur, dass sie total happy ist, dass sie mit Casey jetzt in einem, ähm, Projekt, in einer Projektgruppe ist. Last Hope? Kann ich da irgendwas machen? Ah ja, okay. Okay. 4. 4. December? Okay. I screwed up. But I was worried. I'm still worried. And what else could I do? Kelsey hasn't been to food rescue in a while. I just wanted to make sure she wasn't hungry or something. So I offered her my sandwich. Ah, what did I do there? Why did I do that? Now we'll never be friends. Good one, Mary. Marie. Really, really well done. She looked at me like I was crazy and walked out. And now we're behind with the project too. I hope we make the deadline. Okay. Äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass Kelsey da irgendwie so bitchy war und, äh, sich irgendwie beleidigt gefühlt hat. Nur weil, äh, Marie ihr, ihr Essen angeboten hat. Also ich hätt's gegessen, weil ich tendenziell immer Hunger habe. Ah, just stop. 22. Dezember. Why do we keep writing this shit? I know there isn't much news in Orange Grove. But it's been ages. Not literally, but you know. They're never gonna find them. I wish everyone would just stop. Leave us alone. So I can forget that whole... God-oful night? God-o-ful? Äh. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Irgendwas ist da wohl passiert. Was sie vergessen möchte. Some think my dad was a hero from trying to stop them. Truth is, we never saw them coming. When that guy jumped and stabbed my dad, something snapped and I would have punched him. Scratched his eyes out. I swear, I think I could have killed him, but the other one got to me before I even knew there were two. I never saw their faces. Neither did my dad. So they never caught them. I'm not fearless. Ah, sie macht sich wahrscheinlich echt Vorwürfe, dass sie das nicht verhindern konnte. Sie schreibt hier, dass sie bestimmt die Leute hätte aufhalten können, aber bevor sie überhaupt wusste, was passiert ist, war es schon zu spät. Und sie hat nicht mehr gesehen, dass es irgendwie zwei Leute waren und der andere hat sie festgehalten. Und das schreibt sie hier, dass sie keine Angst hat. Nee, I'm not fearless. I'm not fearless ist ja genau das Gegenteil. Und das ist ja genau das Gegenteil. Und das ist ja genau das Gegenteil. Und das ist ja genau das Gegenteil.